Herzlich willkommen zur Einführung in das neue Smartboard QX Pro. Erfahren Sie, durch welche neuen Funktionen Sie Ihre Meetings und Videokonferenzen auf ein neues Level heben können. Das QX Pro bringt alles mit, was man für einen erfolgreichen Arbeitstag benötigt. Mit dem eingebetteten Android-Betriebssystem kann man direkt das Whiteboard, den Webbrowser oder den Screenshare besuchen. Alternativ ist es auch möglich, einen Windows-PC mit dem Board zu koppeln. Öffnen Sie das Whiteboard, um eine neue Notiz zu erstellen. Über das Bildsymbol an der linken Seitenleiste können Sie entweder aus der eigenen Galerie oder aus dem Web beliebige Bilder einfügen und in ihrer Größe und Position anpassen. Wählen Sie mit dem Stift eine beliebige Farbe und Linienstärke aus, um zu schreiben. Die Farbe und die Linienstärke kann auch pro Stift gespeichert werden, sodass Sie diese nicht jedes Mal neu einstellen müssen. Radieren Sie Ihr Geschriebenes entweder mit der Faust oder mit dem Schwamm weg. Ein weiteres Highlight des QX Pro ist das Ermöglichen des parallelen Schreibens mehrerer Benutzer. So ist das gemeinsame Arbeiten an Projekten kein Problem. Halten Sie auch Videokonferenzen auf Ihrem Smartboard ab. Die integrierte, hochwertige 4K-UHD-Kamera ermöglicht Meetings wie in echt. Auch während dem Meeting können Sie sich jederzeit Notizen auf dem Bildschirm machen. Eine Besonderheit der im Smartboard integrierten Kamera ist die automatische Geräuscherkennung. Durch diese fokussiert sich die Kamera immer auf die gerade sprechende Person im Raum. Alle Smartboard-Modelle finden Sie auf unserer Webseite. Sollten Sie weitere Fragen haben, rufen Sie uns gerne an und wir beraten Sie persönlich.